Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Minecraft. Minecraft, Minecraft, wie auch immer. Ich sag mal so im Voraus, dass es so 782.938 Leute auf dieser... Nee, in Deutschland alleine schon machen. Let's Plays von Minecraft. Aber ich mach es trotzdem. Ja, wir erstellen eine neue Welt. Ach ja, übrigens. Tech-Shop-Pack, wir lernen sie Let's Play natürlich. Tech-Shop-Pack ist mieser mit Honeyball gemischt. Ich liebe Honeyball. Also nicht die Frau, sondern ihr Tech-Shop-Pack. So, ich hatte eben schon mal einen Let's Play-Versuch gemacht. Ach, wie schön. Oh, scheiße, Wölfe. I hate it. I hate it, wenn Wölfe da sind. Ich mach euch alle fertig, ihr Scheißteile. Ich mach euch alle fertig. Ich mach euch alle fertig. Ja, ja, da glaubt ihr, ne? Ich mach euch alle fertig, ne? Dann hab ich gleich mal richtig viel XP gesammelt. Von wegen, wir spielen auch friedlich gerade. Also ja, wir spielen, wie schon gesagt, auch friedlich. Jetzt bin ich gleich tot. Und jetzt noch wiederholen. Was, noch mehr Hunde? What the fuck, noch mehr Hunde? Noch mehr Hunde? What the fuck, 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 a fucking Dingspsar-Boomster? Da muss ich rein, ich muss ins Tiefe, ich muss ins Tiefe. Weg von diesem Scheiß-Hundis! Ach gut. Oh Mann! Ach wann! Warum ist das denn so scheiße hier? So viele Hunde, ey. Hunde bis zum Absinken. Dadurch, wenn die mich wegschleudern, schlöndern die mich immer in die Position, dass ich sie dann wieder von Weitem abknallen sozusagen kann. Aber ich bin nämlich schon wieder tot. Das finde ich nämlich scheiße. Gegen eine Armee von Zombies oder Skeletten hätte ich jetzt keine Chance. Und hier auf Land bin ich auch so gut wie tot. Hier, ich mache euch alle fertig mit Samen. Mach hier euch alle nieder. Ich mache euch alle platt mit Samen hier. Alle fertig mit meinen Samen. Nicht mit den Samen. Meinen Samen, die ich in den Taschen habe. Oh, wie cool. Hab ich die jene tot? Oh, wie cool. Hab tatsächlich die Geschäfte. Da hinten steht noch ein Kohl. Und da ist noch ein Kohl. Ihr könntet nicht mal eine weg in die Schweine. Ach nee, das sind der Bölf und kein Schweine. Aber das sind alles Schweine hier. Warum geht ihr nicht weg? Das wäre noch keine weniger. Die ist vorne mal neu. Was ist das für scheiße? Mann, ich will das nicht. Ich will das alles nicht. Ich will das alles nicht. Ich will das alles nicht. Ihr Scheißteile. Ihr könnt ja nicht mehr tot gehen. Ihr könnt ja nicht mehr tot gehen. Ihr Scheißteile. Mann, das wären echt nicht weniger. Hab ich so das Gefühl. Boah, meine Güte. Das ist ja ein geiler Let's-Play-Anfang. Hier, erstmal voll wegen so einer Armee aus Runden kämpfen. Ich bin schon zweimal fast gestorben. So, jetzt werde ich nicht mehr erwischt. Jetzt werde ich nicht mehr erwischt. Boah, Mr. Hundi. Level 4. Oh, drei Hundis sind noch wütend auf mich. Ja, vor dem muss ich Angst haben. Ich muss vor dem tatsächlich Angst haben. Ich hab's immer so gedacht. Hm, muss ich vor dem Angst haben? Muss ich wirklich vor dem Angst haben? Nein. Ich muss vor den Hundis keine Angst haben. Vor dem muss ich genauso wenig Angst haben. Hi, ihr bösen Hundis. Ja, ihr bösen Hundis. Seid ihr ganz böse Hundis. Oh, Scheiß-Teile, ey. Verkackten Hunde. Boah, hier, voll der Sprungangriff. So ne, ne Hundespinne. Spider, Spider-Doc, Spider-Doc. Nicht Spider-Schwein, sondern Spider-Doc. Ruhig. Und Mittwoch. Äh, Mittwoch. Oh, die Sonne steht in der Mitte. Kein, jetzt brauchen wir nur Schafe. Wo kommen die Samen immer her? Was frag ich mich? Wir brauchen nur Schafe. Äh. Ja. Okay, genau. So, wir bauen erstmal mit Samen hier Holz ab. Oh, ja, das sind so super Samen. Oh, cool, Hülle. Oh, cool, Hülle. Ja, tut mir leid, aber da können wir jetzt nicht hin. Das könnt ihr nicht sehen, weil wir keine Fucken haben. Auch wenn der Kohle war, aber ich wollte der erstmal Holz, und das haben wir ja. Trotzdem gehe ich nicht in die Hülle. Eisen. Genau. Aber das Erste, ich brauche jetzt nicht mehr Eisen, ich brauche Schafe. Das ist... Bleib weg. Bleib weg. Bleib weg. Achso, die gehöre ich mir, das ist ja... Oh, keine Hunde. Nicht schon wieder so eine... Hundeplage. Ich sehe keine Hunde mehr. Ich mache euch alle fertig. So, ich mache euch jetzt auch alle fertig. Oh, ich mache euch. Habt Respekt vor mir. So, wie denn ins Wasser, ne? Dann wird's... Ab die Luzi! So, ja, tja, so geht's schwerer. Hör, wir schauen, gegen so einen Hacken. Tja, hm, da könnt ihr mal sehen, was so eine... so eine komische... ...kolle, die hier alles drauf hat. Oh, Dschungel. Es gibt da ja Schafe. Ich hoffe, wir sehen. Ich baue mit einem Holzschwert ein Crafting Table ab. Und jetzt habe ich gerade... Oh, so ist mir ein Schwein. Tschüss, Schwein. Böses Schwein. Oh, Pilze. Oh, Mist, komm ich nicht vor. Hätte ich gleich wissen müssen. So, links, hier, links, da, links. Oh, noch ein böses Schwein. Noch ein böses Schwein. Hey, du Schwein. Oh, hier, links, da, links. Ich würde auch nur ein einfaches Schaf. Und er sagt, 3 einfaches Schaf. Das spielt doch keine Rolle. Oh, Mann, was ist das? Zwei Höhe noch. Das ist doch so fies. Warum sind die keine Schafe? Oh, da hinten schaffe. ging in die 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 eine die kommen ist mir ein Haus aus Dreck Strik ja klar, ich brauche jetzt mal ein Haus aus Dreck, mein Junge. Jo, ich brauche jetzt erstmal ein Haus aus Dreck. Und aus Holz. Ich brauche drei Holzbretter. So, das war's. Da muss ich noch ein bisschen Dreck abbauen. So und so und so. Dazu will ich mal eine Schaufel haben. So, und dann mache ich... Habe ich nicht schon nochmal braune Wolle erlegt? Habe ich nicht noch eine braune Wolle? Ach ja, ihr verdrückt euch jetzt, hä? Ich weiß jetzt ganz genau, dass ich so ein fieser Kidnapper bin, ne? Ach, da ist noch weiße Wolle. Ich verstehe nicht, wie... Doch, ich verstehe, wie... Die sind da runtergefallen und habe in Auge geschreitet. Die haben geschreit. Das glaubst du nicht, wie die geschreit haben. Ich denke mal, wir können mit Monstern spielen. Also, ich denke mal von meiner psychischen Lage her... Ja, ich bin nicht so der Monster-Fan. Da ist noch meine graue Wolle. Sag ich doch, ich hab noch graue Wolle. Und ich hab' raum gesagt, hm? Ach, Mist. Ich hab' euch verraten und warum mache ich das? Ein Bett. Den, den... Ich hab' hier noch ein bisschen Erde ab. Damit wir uns noch kein Haus aus Dreck bauen können. So, hier können wir auch mit Monstern spielen. Ich will schnell schlafen gehen. Ich würde sehr schnell schlafen gehen. Da hin. Ach Gott, jetzt kann ich schlafen gehen. Oh, bestimmt mach' ich auf'n... Bleh! Wär voll von Monstern attackiert. Ne, doch nicht. Puh, wo ist die Sonne? So, sie geht auf. So, sie geht auf. Wie schön, aber ich hab' immer noch Schiss. Bei den Monstern, die da drinnen hausen. Hm. Ich bin nicht so ein Monster-Fan. Nur wenn ich weiß, dass es nicht schlimm ist, wenn ich sterbe. Aber es ist sehr schlimm, wenn ich sterbe. Oh, ja, ja. Ne, komm. Krieg' erstmal 1000 D-Obos. Aber wir spielen wieder auf Peaceful. Ich bin ja eher so der... der Bautyp. Ne, ich kann das gar nicht ab. Sonst werde ich hier depressiv. Aber ich will mal ein schönes Häusel haben. Häusli. Mist, jetzt muss ich mit... Jetzt muss ich mit Holz, Holz abbauen oder so. Ohaha, ich mache diesen Baum kaputt mit meiner Hand. Duh, 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 duh. Ah, ah, hm, oh. Ah, hm, oh. Ah, hm, oh. Ah, meine Hand. Aua, meine Hand. Ah, hm. Aua. Ich baue mich selbst ab. Uff. 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 Das sieht der Schwierende ganz doll aus. Und schwupp. Uh, ah. Hm, wo sind noch mehr Bäume? Hey, wo kann man jemand sagen, wo noch Bäume sind? Uff. Ups, komm, bau, 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 bau. Arsch. Seht nicht gut aus. Hey, du hast ja ein schicken Arsch. Nein, wird mich YouTube wahrscheinlich verklagen, wenn ich das im Display im Display sagen würde. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh, Moment. Ich müsste mich, ich müsste YouTube jetzt eigentlich verklagen. Oh, dann gehe ich ja. Ja, finde ich auch. Nein. Puh. Oh. 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 Oh, ich habe jetzt nicht eine. Oh, wir haben Hunger. Ich denke, wir sind schon auf Peaceful. Ach ja, stimmt. Aber als wir noch auf einfach gespielt haben, da hatten wir Hunger. Und das zahlt sich jetzt aus. Deshalb muss ich Samen futtern. Nnam, 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 nnam. Boah, böse Kuh. Danke für das schöne Steak. Danke. Nnam, 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 nnam. Ich will aber in Ruhe leben.